Hi Leute, ihr hattet mich immer wieder gefragt, was ich an Büchern empfehlen kann. Ihr hattet mich immer wieder gefragt, was ich an Büchern empfehlen kann. Und deswegen, ich wollte einfach heute mal das Regal, was ich hier habe, zeigen und zeigen, was ich so an Büchern habe, was ich so empfehlen kann und euch die einfach mal vorstellen. Das ist nur ein Regal, es gibt noch mehr. Ich wollte es mal der Reihe nach durchgehen und auch so meine Lieblingsbücher euch zeigen. Ihr seht schon, das hier ist gerade von Rüdiger Dahlke die Bücher. Ich hatte davon noch mehr Bücher. Und Rüdiger Dahlke habe ich immer sehr viel gelesen, kann ich jedem nur empfehlen, was die Psychosomatik angeht. Wirklich sehr schön. Das Buch finde ich ganz cool. Buch der Widerstände. Dort sind einzeln eben die Widerstände wirklich alltagsmäßig aufgezählt, aufgelagert. Zum Beispiel, wenn du irgendwie Emotionen hast, wie hier Versagenprobleme. Was steckt da eigentlich dahinter? Dann haben wir so die Umkehr von einer Frage. Und ja, oder hier Schimpfen, Unzufriedenheit. Dann geht es halt um Beziehungsthemen, um alle möglichen Themen, Alltagsthemen. Also fand ich sehr schön. Da habe ich immer mal wieder nachgeschlagen. Und ein anderes Nachschlagewerk ist hier die Lebensprinzipien. Das hat eigentlich noch ein Cover außenrum. Ist noch nicht mal drum. Genau, die Archetypen. Das fand ich immer sehr interessant. Und ja, das sind so seine Standardwerke. So diese drei fetteren Wälzer. Und ja, keine Ahnung. Rüdiger Dager hat ja unglaublich viele Bücher. Und hat auch sehr interessante Vorträge zu allen möglichen Themen. Genau, kann ich wirklich einiges empfehlen. Vielleicht teile ich das Video hier auch, wenn es zu viel wird. Unterteilt es in mehrere Abschnitte. Weil ich möchte schon mal die einzelnen Videos, euch zwischendrin mal, äh, einzelne Bücher auch zwischendrin zeigen. Fand ich ganz interessant. Das hier, Störfelder, Kraftplätze. War ganz nett, so. Wen das interessiert. Fand ich auch ganz gut. Das hier ist, finde ich, noch ein sehr schönes Buch. Gerade in den verschiedenen Lebensphasen, wo man ist. Lebenskrisen als Entwicklungschancen. Gerade diese Phasen wie Geburt, Jugend, Adoleszenz, Heirat. All solche Rituale, die es auch noch dann in unserer Gesellschaft gibt. Erwachsenenalter, Midlife-Crisis, alles so beschrieben. Genau. Das senkrechte Weltbild ist ähnlich wie die Lebensprinzipien. Auch nochmal ähnlich geordnet. Nochmal ein bisschen anders geschrieben. Mit Nikolaus Klein zusammen. Ein bisschen stichpunktartiger. Ja, seht da schon tabellenmäßig, was die verschiedenen Prinzipien, Urprinzipien, ja, angeht. Zwölf Prinzipien unterteilt. Und das hier ist ein sehr gutes Buch. Eines meiner ersten Bücher, die ich von Rüdiger Dahlke auch gelesen habe. Krankheit als Weg. Komplett die Psychosomatik beschrieben von Krankheiten. Ja, finde ich unglaublich schön. Sehr, sehr hilfreich. Hat mir sehr weitergeholfen. Die Krankheiten, die psychische Deutung davon beschrieben. Also, das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Genau. Schaut da mal rein. Also, die Links, wie gesagt, sind alle unten drunter. Habe ich den Affiliate-Link davon. Wenn ihr das bestellt. Und, ja, gleichzeitig könnt ihr mich dabei unterstützen. Genau. Für euch ist das Buch dadurch nicht teurer. Wer sowas nicht kennt. Genau. Und, ja, hier Rüdiger Dahlke. Wieder eben. Körper als Spiegel der Seele fand ich auch ganz nett. Einfach die körperliche Formen deuten, durch was für Wesenheiten man da dann geprägt ist. Fand ich ganz interessant. Gibt einem doch sehr viele Einblicke. Auch, ja, ganz nett. Da habe ich nicht ganz so viel reingelesen. Aber zwischendrin mal immer wieder nachgeschlagen. Also, auch solche Bücher wie dieses Buch der Widerstände. Da schlage ich öfter mal nach. Oder die Lebensprinzipien. Oder dann eben Krankheit als Symbol. Die Krankheiten nachschlagen. Er hat auch noch ein anderes Buch. Zur integrativen Medizin, glaube ich. Weiß nicht. Das ist auch so ein Nachschlagewerk von ihm. Fand ich auch immer sehr gut. Genau. Sehr schönes Buch. Auch die Psychologie des Geldes. Sehr schön beschrieben. Sich da mal seine Glaubenssätze, Konzepte klar zu werden. Zu bearbeiten, verarbeiten. Ja. Sehr interessant. Könnt ihr auch mal reinschauen. Genau. Das hier ist ein Bahai-Buch. Aus dem Persisch. Das haben wir aus Frankreich mitgenommen. Es sind Gedichte drin. Sehr schön. Oder hat uns, glaube ich, sogar geschenkt bekommen. Genau. Hierbei. Auch sehr schön. Könnt ihr euch mal mit befassen. Finde ich unglaublich toll. Wer das so ein bisschen spiritueller ansetzen möchte. Genau. Und. Gut. Die überspringe ich jetzt mal. Das hier sind jetzt gerade Bücher von meiner Freundin. Weiß ich jetzt nicht, was das hier alles ist. Genau. Hier ein Yoga-Buch. Richtig cool. Könnt ihr mal reinschauen. Das ist von meiner Freundin. Ist aber ein älteres Buch. Von. Ja. Shivananda Yoga-Zentrum. Weiß gar nicht mehr, welche Ausgabe es war. Auf jeden Fall stehen da auch richtig abgefahrene Sachen drin. Ich weiß gar nicht, ob man sowas da immer filmen darf. Ist das? Also Seiten in drinnen. Wie das alles rechtlich ist. Keine Ahnung. Deswegen lasse ich das mal lieber zu. Auf jeden Fall stehen da richtig abgefahrene Sachen drin. Ist auch eben älter. Und jetzt auch, was die körperliche Reinigung zum Beispiel anbelangt, standen da Sachen drinnen, wie, dass du deinen Darmtrakt auch reinigen kannst, indem du so eine Art, ich weiß es nicht, Gaze, G-A-Z-E hieß es, war wie so ein Wollsockenstrumpf, der ewig lang ist. Vielleicht so vier Meter, wie so eine Art Seil, aber halt wie eine Strumpfhose. Und die würst du dir oben durch den Mund ein, schluckst die immer mehr, dass die den ganzen Darm abdeckt und ziehst die dann wieder raus. Und den Schleim, der da dran hängen bleibt, um den Körper eben zu reinigen. Abgefahrene Techniken. Sollst du vier Meter irgendwie reinschieben und dann wieder rausziehen durch den Hals. Ja, heutzutage kann man sowas nicht mehr sagen wahrscheinlich, aber fand ich lustig, was für Reinigungstechniken in so einem Buch noch drin sind. Da geht es ganz anderes zu, da konnte man vielleicht noch mehr ansprechen in solchen Büchern. Heutzutage vielleicht sehr viele Menschen sehr, sehr befangen, was manche Techniken angeht, deshalb wollte ich es nochmal aus dem Buch hier erwähnen. Genau, was hat man hier noch? Das hier waren Reisebücher. Ach hier, Costa Rica war ich auch mal, wirklich sehr schön. Und dann hier, ach absolut, absolute Empfehlung. Das ist meine absolute Empfehlung an euch. Kerngesund ohne Umwege. Von Diplomphysiker Walter Schaube. Absolute Empfehlung. Unbedingt reinschauen. Aber gleich dazu gesagt, das Buch bringt niemandem was, der nichts umsetzt, der seine Erfahrungen nicht macht. Da geht es hauptsächlich eben um die Ernährung, wie man die umstellen kann, den Körper auch reinigen kann, eben super einfach, schön alphabetisch geordnet, was damit einhergeht, was die Entgiftung mit sich zieht. Ja, was für Punkte die Reinigung mit sich zieht, was für verschiedene Arten es da gibt. Also kann ich wirklich jeden empfehlen. Kerngesund ohne Umwege. Habe ich ein paar Mal gelesen. Ja, verschlungen, wo ich es das erste Mal gesehen habe. Super schön, angenehm geschrieben, finde ich. Ja. Geht sehr weit, was eben dann die Paradieskost angeht. Habe ich ja auch ab und an mal erwähnt, den Herr Schaube. Manche haben sich dann gefragt, ob er existiert. Existiert der Herr Schaube? Ist mir egal. Wenn du ihn nachmachst und selber ausprobierst, dann wirst du merken, dass da auf jeden Fall ein Haufen Wahrheit drinnen steckt. Ja, mir egal, wo dieser Mensch existiert. Ich habe auch kein Foto von ihm entdecken können. Ja. Aber. Ja. Also kann ich nur empfehlen. Hier habe ich noch nicht, das nächste Buch jetzt, noch nicht so viel reingeschaut gehabt. Permakultur praktisch. Wollte ich noch mal ein bisschen reinschauen. Deshalb kann ich leider nicht viel zu sagen. Das war ein Buch, wo ich auf vegane Ernährung umgestellt hatte, schon länger her, vor 5 bis 10 Jahren oder so, wo ich das Buch gekauft habe. Das Buch sind auch rohe Rezepte mit drinnen, vollwertige Rezepte. Fand ich damals sehr inspirierend. Er ist eben Triathlet, Brandon Braser. Und ja, fand ich schön gemacht. Schöne Rezepte auch mit drinnen. Aber auch viel Text und viel erklärt. Auch schön anschaulich gestaltet, wie ihr seht. Genau. Also kann ich auch nur empfehlen, gerade wenn ihr an dem Punkt so seid, einfach vollwertig vegan euch ernähren wollt, noch Fleisch vorher gegessen hattet, alles iservat und so. Dann ist das ein schöner Einstieg, finde ich. Schöne Rezepte. Ja, gerade für Sportler. Gomero-Kost. Auch ganz nettes Buch. Ich auch schon länger. Die Rezepte sind etwas komplizierter. In meinen E-Books sind die Rezepte nicht ganz so kompliziert. Ich mag das irgendwie nicht so. So Sachen wie Bananeneis sind halt noch 5 verschiedene Zutaten. Schmeckt natürlich dann auch gut, aber in dem Buch sind mir oft zu viel exotische Zutaten. Also zu viel gemischte, wo dann irgendwie zu viel unnötig gemischt, finde ich, häufig. Genau. In den E-Books bei mir habe ich es ein bisschen einfacher gehalten, dass es auch schneller umsetzbar ist. Das sind zwar tolle Rezepte, schmecken bestimmt auch richtig geil. Ich habe aber die wenigsten eben dann gemacht, weil sie einfach dann mir zu aufwendig, zu kompliziert oder irgendeine Kleinigkeit dann davon nicht da gehabt. So. Sehr cooles Buch. Fit ohne Geräte. Wie du ganz einfach mit Körperübungen eben Kraft aufbauen kannst. Ja, sehr gut. Ja, fand ich sehr schön. Also ich mache selber schon seit Jahren. Sonst habe ich noch viel intensiver Körperübungen gemacht. Jetzt habe ich gemerkt, dass gewisse Sachen sich noch richten im Körper. Deshalb habe ich nicht mehr so intensiv trainiert. Habe zwar auch jeden Tag Yoga gemacht. Das hier ist nur ein älteres Buch von meinen Eltern. Hatte ich es, glaube ich, mal. Weil ich da ein bisschen was nachzuschauen wollte. Einfach zu den medizinischen Aspekten. Körperlicher Aufbau. Er ist auch wirklich älter. Keine Ahnung von... Oh, wo steht es? Ah, geil. Da steht noch Mark drauf. Der sagt alles. Ja. Genau. Und das war es hier mal. Das war nur ein Regal. Ja, weiter Schaube. Wie gesagt, das ist so ein Ding. Und dann die Bücher von Ehre. Die sind sowieso unten in der Infobox verlinkt. Aber auch die anderen Sachen werde ich mal drunter erstellen. Dann hier zum nächsten Regal. Gut, das sind wieder Bücher von meiner Freundin. Weiß ich jetzt nicht, was da so drin steht. Habe ich nicht gelesen. Hier, das ist auch von meiner Freundin. Ich hatte nur manchmal reingelesen. Fand ich super interessant. Sehr schön. Maria Montessori. Kinder sind anders. Weil sie eben sich auch berufstechnisch viel damit befasst. Dann hier. DVD-Set von Dr. Robert Morse. Habe ich noch gar nicht reingeguckt. Das Buch dazu hatte ich gelesen. Habe ich auch im Mitgliederbereich mal drin. Einen Detox-Guide eben gemacht. Also wenn dich das interessiert. Mitgliederbereich ist auch unten drunter. Jung Inside. Und ja. Das hier sind auch noch Bücher von meiner Freundin. Deswegen kann ich auch nicht viel zu sagen. Viel über Kinderentziehung. Montessori. Genau. Was haben wir hier noch? Der kleine Orbit. Das hatten meine Eltern neulich mal geschenkt bekommen. Das habe ich mir noch mal kurz ausgeliehen gehabt. Habe noch mal so reingelesen. Ja. Ganz nett. Ein paar Rezepte drin. Und sie beschreibt auch so ihre Geschichte. Ja. Für einen Einstieg vielleicht ganz gut. Aber. Gibt es bessere. Weil die Theorie hinterher noch nicht so ganz klar ist. Was auch mit der Mine angeht und sowas. Würde ich dann nicht so empfehlen. Hier sind noch Reiseführer. Sind nicht von mir. Deshalb kann ich dazu auch nicht so viel sagen. Und das ist wieder von mir. Ansonsten schreibt gerne unten drunter. Wenn euch das Video gefallen hat. Dann gebt einen Daumen nach oben. Teilt das Video. Abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren guten Tag. Macht's gut. Ciao. Mein Akku ist nämlich gleich leer. Ciao. Ciao.